Hi, mein Name ist Benedikt und in diesem Video stelle ich dir zwei Arten vor, Aktien auf Comdirect zu handeln. Wir beginnen erstmal mit ein paar allgemeinen Informationen zu beiden Arten, Aktien zu kaufen und dann werde ich dir beide Arten noch anhand eines Beispiels auf Comdirect zeigen. Dieses Video richtet sich hier nicht nur an Anfänger, die sich bisher noch nicht zum Aktienkauf überwinden konnten, nein, sondern es richtet sich auch an dich, wenn du zum Beispiel bisher nur Aktien über eine Börse gekauft hast. Ich benutze fast ausschließlich nur noch den außerbörslichen Handel, der für mich einige wichtige Vorteile bietet. Im nächsten Video werde ich dann nochmal auf die Kosten beim Kauf von Aktien, ETFs und von Sparplänen eingehen. Wenn du das nicht verpassen willst, dann weißt du, was du zu tun hast, auf den roten Knopf drücken und die Glocke aktivieren. An dieser Stelle, wie immer, ganz wichtig, Aktien sind weiterhin für mich die attraktivste Anlageform. Als Aktionär kannst du dich direkt an den Kurssteigerungen von Unternehmen beteiligen. Wenn du dein Geld lieber in Fest- oder Tagesgeld anlegen willst, dann sei dir bewusst, dass das Geld über die Zeit an Wert verliert, da die Inflation derzeit höher ist als der Sparzins. Aktien sind daher die bevorzugte Wahl. Aufgrund des Corona-Crashs ergibt sich zudem eine außergewöhnlich interessante Einstiegschance, die es nur etwa alle 10 bis 15 Jahre gibt. Auch trotz Erholung der Aktienkurse und der Aktienmärkte könnten diese auch wieder weiterfallen. Trotz milliardenschwerer Rettungspakete könnte die Rezession doch noch kommen und den Aktienmarkt abermals crashen. Der Kauf von Aktien bietet dir die Chance, eine Überrendite im Vergleich zum Markt oder einem Index zu erzielen. Tatsächlich kann sogar ein Affe den Markt schlagen. Hier gab es bereits unterschiedliche Tests, in denen ein Affe ein Portfolio anhand eines zufälligen Dartwurfes bestimmt hat. Im Schnitt schlugen die Affen hier den Markt um etwa 1,7% im Jahr. Das soll jetzt keine Aufforderung sein, willkürliche Aktien auszuwählen und zu kaufen. Ich möchte nur deutlich machen, dass man auch, ohne dass man ein Finanzguru ist, an den Finanzmärkten erfolgreich sein kann. Wichtig ist, dass ihr die Grundlagen beherrscht und euch gründlich über die Aktien und Finanzprodukte informiert, die ihr kaufen möchtet. Alternativ kannst du auch auf ETFs zurückgreifen. Diese sind leicht zu verstehen, da diese meist nur einen Index nachbilden und zudem recht günstig sind. ETFs umfassen in der Regel eine Vielzahl von Aktien und sind breit gestreut, wodurch dein Risiko als Investor sinkt. Mein Ziel ist es, mit Aktien ein passives Einkommen aufzubauen. Ich möchte später ein zusätzliches Einkommen in Form von Dividenden erzielen. Das nennt man auch die Dividendenstrategie und ich habe diese bereits auf diesem Kanal vorgestellt. Bevor ihr Aktien kauft, braucht ihr noch einen sogenannten Broker. In diesem Video werden wir, wie es im Titel steht, den Broker.com direkt nutzen. Einen Link zu diesem Broker findest du unten in der Videobeschreibung. Kommen wir nun zu den zwei unterschiedlichen Möglichkeiten, Aktien zu kaufen. Wir unterscheiden zwischen dem börslichen Handel und dem außerbörslichen Handel. Beide Varianten haben hier Vor- und Nachteile. Der börsliche Handel erfolgt, wie der Name bereits vermuten lässt, über eine Börse. Eine bekannte deutsche Handelsbörse ist die Exetra. Beim außerbörslichen Handel findet der Handel ohne eine Börse statt und wird auch als OTC-Handel bezeichnet. OTC bedeutet Over-the-Counter, also über den Tresen gehandelt. Bekannte Direkthändler sind hier beispielsweise Lang und Schwarz oder auch Tradegate. Somit wird direkt zwischen Käufer und Verkäufer gehandelt. Dadurch kann man auch außerhalb der üblichen Handelszeiten einer Börse handeln. Somit kann man außerbörslich zum Beispiel von 8 bis 22 Uhr oder zum Teil sogar am Wochenende handeln. Der Handel erfolgt dann über Broker oder auch Direktbanken. Da jedoch die Börse als Vermittler wegfällt, fallen logischerweise auch weniger Gebühren bei der Transaktion an. Nachteile gegenüber dem Börsehandel ist, dass der Handel keiner Börsenaufsicht unterliegt. In Deutschland unterliegen Börsen und auch der Börsenhandel der Aufsicht der BaFin. Durch den außerbörslichen Handel können jedoch auch mehr Finanzprodukte gehandelt werden, die unter Umständen nicht an einer Börse zugelassen sind. Ein weiterer Vorteil ist zudem, dass die Order sofort ausgeführt wird und man den Kaufpreis sofort angezeigt bekommt. Soviel zu der Theorie. Schauen wir uns nur die Methoden auf der Comdirect-Seite anhand eines Beispiels an. Nachdem wir uns eingeloggt haben, werden wir erstmal auf Order klicken. Unter Inlandsorder könnt ihr auf deutschen Börsen und unter Auslandsorder auf ausländischen Börsen handeln. Hier gelangt ihr also direkt zu dem Börsenhandel. Unter Handelsart wählt ihr nun aus, ob ihr eine Aktie kaufen oder verkaufen wollt. Wir klicken also auf Kaufen. Unter Wertpapier könnt ihr nun die Kennnummer der Aktie eingeben oder unter der Lupe nach der gewünschten Aktie suchen. Wir suchen nach der Cisco-Aktie und wählen diese aus. Einige Aktien haben übrigens verschiedene Varianten. Um Aktien eindeutig zu identifizieren, haben diese eine zum Beispiel deutsche Wertpapier-Kennnummer oder auch WKN genannt oder eine internationale Identifikationsnummer, auch Easing genannt. Falls eure Aktie also mehrfach auftauchen sollte, informiert euch vorher über die Unterschiede. Nun müssen wir bestimmen, wie viele Aktien wir kaufen möchten. Angenommen, der Kurs liegt aktuell bei 31 Euro für eine Aktie und ihr wollt 500 Euro investieren. Dann teilt einfach 500 durch 31. Das ergibt 16, irgendwas Stück. Wir können hier in diesem Fall nur volle Aktienanteile kaufen. Daher müssen wir dann auf- oder abrunden. Im unteren Teil könnt ihr euch die Börsen anzeigen lassen, auf denen ihr diese Aktie handeln könnt. Xetra ist hier eine der größten Handelsbörsen in Deutschland und mit einem der höchsten Handelsvolumen. Beachtet, dass ihr beim Börsenhandel nur in den Handelszeiten einer Börse handeln könnt. Im unteren Teil der Order könnt ihr auch noch die Gültigkeit eurer Kauforder festlegen. So kann eure Order auch zu einem späteren Zeitpunkt noch ausgeführt werden. Unter Ausführungen könnt ihr zwischen Billigst und der Limitorder wählen. Bei Billigst wird der nächstbeste Kurs gehandelt. Hier besteht natürlich ein Preisrisiko, insbesondere wenn die Aktie am Folgetag mit einem höheren Angebotspreis in den Handel startet. Daher könnt ihr hier unter Limit auch immer euren Wunschpreis festlegen und wenn dieser erreicht wird, wird auch Order ausgelöst. Während der Handelszeiten könnt ihr natürlich auch immer eine Billigstausführung durchführen, also eine Market Order. Die Börsen stehen unter der Aufsicht der BaFin und es sollte nicht zu allzu großen Abweichungen kommen. Klicken wir nun auf Weiter und dann sehen wir eine kleine Zusammenfassung von unserer Order. Überprüft ihr nochmals eure Angaben und unter Kosten und Nebenkosten könnt ihr euch auch noch mal ganz genau die Kosten für diese Order anzeigen lassen. Die Kostendarstellung ist hier höchst transparent und es gibt hier keine weiteren versteckten Kosten. Beachtet, dass beim Kauf und Verkauf eine Provision und natürlich ein Börsenentgelt beim Börsenhandel zu entrichten ist. Auf die Kosten gehen wir dann aber nochmal in einem anderen Video genauer drauf ein. Wir haben jetzt unsere Angaben geprüft und wollen die Order durchführen. Ich habe als Sicherheitsverfahren mir die Fototan eingerichtet. Dazu öffne ich einfach meine Fototan-App, gebe hier mein Passwort ein, scanne den Code ab und ich bekomme dann eine TAN, mit der ich die Order freigeben kann. Eure Order könnt ihr dann auch in einem Orderbuch später nachverfolgen. Wie das aussieht, das können wir uns nachher nochmal anhand des außerbörslichen Handels anschauen. Kommen wir nun zu dem außerbörslichen Handel. Für den außerbörslichen Handel müssen wir bei der Order auf Live-Trading klicken. Hier müssen wir nun entscheiden, ob wir Live-Trading ohne Limit oder Live-Trading mit Limit durchführen. Wir werden jetzt beide Varianten einmal durchgehen. Beim Live-Trading ohne Limit müssen wir zu Beginn direkt die TAN über die Fototan-App eingeben. Bevor wir unsere Stückzahl angeben, müssen wir uns hier die Kurse für die verschiedenen Börsen anzeigen lassen. Hier wählen wir uns die günstigsten Preise aus. Nach Angabe der Stückzahl klicken wir auf Weiter und der Preis wird direkt für diese Order angeboten. Dieser ist nur wenige Sekunden gültig. Danach muss man sich einen neuen Preis geben lassen. Hier seht ihr bereits einen großen Vorteil gegenüber dem Handel an der Börse. Ihr seht sofort den Preis, zu dem ihr kauft. Nach Bestätigung der Order werdet ihr dann sofort die Order im Depot haben. Das Live-Trading mit Limit ist ähnlich wie der Handel an der Börse. Hier solltet ihr auch wirklich tatsächlich unter der Ausführung immer mit einem Limit arbeiten und nicht die Order über billigst ausführen lassen. Kauft ihr die Ausführung billigst, also löst eine Market Order aus, kann es sein, dass ihr einen deutlich schlechteren Kurs erwischt. Nach Abgabe der Order wird automatisch geprüft, ob euer Preis angenommen wurde. Im Orderbuch könnt ihr dann auch nochmal den aktuellen Stand eurer Order einsehen. Falls diese noch nicht ausgeführt wurde, könnt ihr diese selbstverständlich noch ändern. Hier könnt ihr dann zum Beispiel den Limitpreis noch ändern oder ihr könnt natürlich ganz einfach eure Order auch löschen und diese wird dann halt gestrichen. Im Orderbuch findet ihr diese gelöschte Order dann unter gestrichen Order. Mir gefällt Comdirect hier sehr gut, da die Eingabemasken sehr übersichtlich sind und die Kosten halt höchst transparent dargestellt werden. Ja, so einfach ist es in der Regel Aktien zu kaufen. Da ich zu den regulären Börsenzeiten arbeiten bin, macht es für mich Sinn, hier den außerbörslichen Handel zu nutzen. Mir gefällt zudem die Preiskontrolle, die schnelle Ausführung und auch die geringeren Gebühren, da man natürlich keine Börsengebühren zahlen muss. Wenn dir das alles zu kompliziert sein sollte, dann gibt es noch eine weitere Möglichkeit, Aktien zu kaufen. Und zwar kannst du mittels eines Sparplans Aktien handeln. Hierzu habe ich auch bereits ein Video gemacht, das werde ich dir hier oben verlinken. Dann nochmal vielen Dank, wenn du dieses Video bis zu diesem Punkt geschaut hast. Schreib mal unten in die Kommentare, ob du den börslichen Handel bevorzugst oder den außerbörslichen Handel. Vergesst ja nicht, das Video zu bewerten und bis zum nächsten Mal.